unsere erste fabrik die macht dann bitte rote science packs sondern da brauchen wir auch diese netten inserter so die standarde sampling maschine kann zwei komponenten entgegennehmen und daraus was neues kraft so wir brauchen außerdem die wheels dafür also machst du uns bitte noch die wheels bräuchten außerdem kisten und ja ich muss im augenblick gucken dass ich im blauen bereich baue später ist der bereich größer wenn wir die poles ersetzt haben da kommt eisenrein da kommt kupfer rein so damit wäre unsere erste automatisierungsstrecke fertig für die hier bräuchten wir kupfer und holz ja muss ich neues kupfer holen dann können wir erst einmal hier unten anfangen alles anzuschließen und lassen dann sozusagen die burner erst einmal nur kohle abbauen die können sich dann nämlich wenn wir es richtig machen mit solchen meinen grimm selber befüllen und ja da brauchen wir mehr öfen und sowieso von allem viel mehr gut wollen wir mal zehn neue hiervon ja die dinge hier copper cable und iron plate auf in meiner meiner base vorbeigelaufen also ja ich kann hier ein bisschen schnorren stimmt allerdings handel ja ja ich 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 Jetzt habe ich nicht mehr genug Iron Plates. So, bauen wir hier drüben auch gleich noch ein bisschen was auf. Jetzt baue ich Iron Plates. Oh ja, für die Electric Circuits. Wie gesagt, brauche ich Copper Cable und Iron Plates. Also ja, Iron Plates brauchen wir für sehr viel. Kohle. Ja, Steine bräuchten wir gerade wahrscheinlich nicht mehr so viele. Wir haben ja schon ziemlich viele da drin. So, packen wir das hier mal schön voll. Inventory Transfers. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt sehen. Ja, ich würde gerne die schon ein bisschen automatisieren. Also ändern wir hier mal das Rezept auf Kabel. Kommt hier Koffer rein. Oh. Den müssen wir abbauen. So, schnorren uns hier ein bisschen was raus. So, jetzt können wir umstellen auf die Dinge. So, und für noch mehr Assembly Maschinen brauchen wir die. Brauchen Iron Plates. So, da haben wir schon mal unsere erste. So, die Forschung ist auch fertig mittlerweile. Also Logistics. Dann erforschen wir als nächstes Lightning. Lightning, Light. Optics heißt es. Okay. So, zweite Fabrik. Das heißt, theoretisch mit den beiden Fabriken können wir. Ah, da müsste es gerade noch so drin stehen eigentlich. Du auch. So, die Dinger können wir leider nicht so produzieren. So, hier wollen wir jetzt... Ja, eigentlich die da herstellen. Also machen wir das so rum und so rum. Weil hier sind ja die Eisenplatten drin. Und ja, ich mach mal ein bisschen Faulheit hier. Stell mir ein paar Kisten so her. Danke. So, dich können wir wieder auf Gear Wheels umstellen. Dann schnappen wir uns mal dich. Platzieren dich die hier und hier und hier. Machen hier eine Kiste hin. Oh, ich hab gegessen. Wir brauchen noch so einen. So. Gut. Dich begrenzen wir mal auf ein Feld. Wir können nämlich hier sagen, wie groß die Kiste überhaupt sein soll. So, geforscht wird. Und als nächstes diese Dinger hier. Dafür brauchen wir mehr Circuits. Mehr Circuits haben wir. Schnauern uns mal hier auch die... Gear Wheels. So. So. Stellen die Fabriken auf. Na, genau so. So. Für... Fließbänder brauchen wir. Iron Plates und Gear Wheels. Das wird also interessant werden. Das heißt, du machst mir Gear Wheels. Und du machst mir... die Bell Stars. aus. Brauchen wir zwei Kisten hier. Sagen wir eine Kiste hier. Noch einen Inserter. So. Die kann ich übrigens auch mal da unten reinpacken. Das hier kann ich rauslöschen. Die beiden kann ich wahrscheinlich auch rauslöschen. So. Ich noch mal abbauen, weil du stehst schlecht. So. Dich auch erst mal auf eins begrenzen. Oh, und ich brauche noch einen für dazwischen. Hält mir grad so auf. Ich habe keine Gear Wheels mehr. Ich kann mir auch hier grad keine schnorren. Weil ich habe kein Eisen mehr. So. Optik ist erforscht. Dann Electronics. Das könnte dann eine Weile länger dauern. Also ja. Jetzt verfügen wir über Licht. Wer wirst denn dann mal brauchen. Oh, und du hast hier wohl nix mehr zum abbauen. Ja. Das ist impaktisch. Kann man allerdings lösen. Den würde ich verschieben. Dann lernen wir die beiden mal wieder. Nehmen wir uns am besten noch die Sachen mit. Und gehen wieder hoch zu unserer Base. Um dort die Automatisierung wieder in Gang zu bringen. Also. Hier werden noch genug Kupfer. Hier fehlt allerdings das Eisen. Hier brauchen wir Eisen. Und hier brauchen wir auch Eisen. Und hier brauchen wir uns mal hier eine Eisenplatte. Und hier die Chips. Dann haben wir alles was wir brauchen. Um den letzten Insurter zu bauen. So. Also ja. Man merkt schon. Im Gegensatz zur Satisfactory. Läuft nicht alles über Fließbänder. Sondern über Insurter. Bis jetzt jedenfalls. Also ich baue ja jetzt schon Fließbänder. Wie man sehen kann. Habe ich schon mal eine Fließbandproduktion automatisiert. Weil die per Handcraften ist anstrengend. Und dann fangen wir mal weiter an. Unsere Stromleitung zu ziehen. Und ja. Eine von denen hätte ich gern noch. Kein Eisen mehr. Kein Eisen mehr. Kein Eisen mehr. Hm. Was fehlt denn noch? Noch mehr Eisen Gears. Ja. Jetzt habe ich das ganze Eisen hier geschnurrt. Pache es hier rein. Damit er mir einmal ein Gears macht. Also kann ich auch ein bisschen die Strommastproduktion automatisieren. Aber wenn Strommasten produzieren jetzt nicht die Welt ist. Aber wir brauchen sie halt. So. Pumpen wir mal. Hier alles voll mit Kohle. Bisschen. Und ja. Hier gibt es ein paar große Steine. Tolls. So. Hier ist kein Eisen mehr drin. Hier kann ich Kupfer reinwerfen. Am besten das ganze Kupfer. Und kann auch hier den Kupferdraht mal rausnehmen. Hier kann ich das halbe Eisen erstmal reinpacken. Kann hier die Iron Gear Wheels rausnehmen. Kann die wieder aufstellen. Hier Eisen reinpacken. So. Die Fabrik. Macht mir Strom. Ich brauche hier allerdings mehr Kabel. So. So. Das ist schon ein bisschen schneller. Wenn ich so mache. Und ich kriege Transportbirds. So. Jetzt ist das nächste Ziel. Meine Nulls zu machen. Schnappen wir uns hier also Platten. Kohle. Wir legen hier ein schönes Stromnetz über die Felder. So. Also ja. Ein bisschen Holz sollten wir noch finden. Hier scheint es ja ein bisschen grüner zu werden. Also ist hier vielleicht irgendwo Holz. Ah ne. Hier unten war glaube ich ein bisschen Holz. Ja. Da unten sieht es grün aus. So. Soll das schon wieder reichen an Holz. Da können wir noch Kohle reinstopfen. Eisenplatten rausnehmen. Hier alles weiter verkabeln. Später haben wir halt die. Also das sind Small Electric Poles. Da haben wir Medium Electric Poles. Und äh. Large Electric Poles. Die Medium Electric Poles können wir genauso aufstellen wie die Small. Nur dass die Medium halt zwei Felder im Quadrat größer sind. Beziehungsweise halt ein Feld. Also die Lücke hier mit der Stromversorgung gibt es dann nicht mehr. So und wir brauchen erstens mehr Kohle. Sollen wir uns mal unser Stromnetz angucken. Ja das ist okay soweit. Nehmen. Eisenplates mit. Hier können wir Holz reinpacken um Poles zu machen. Wir können hier das Kabel rausnehmen. Wir können hier mal den 42er Stack reinpacken. Hier den 50er Stack. Und ja hier den 50er Stack. Können hier Kabel rein tun. Ein bisschen mehr Kabel. Haben erstmal wieder genug. Können ruhig volllaufen. Haben wir die beschränkt eigentlich? Ja haben wir. Gut. Jo dann machen wir hier unten weiter. Das wird gerade dunkel. Also irgendwann werden wir halt. Für was mache ich hier eigentlich mit dem Mühe gerade? Wir haben eh gesagt die Kohle bauen wir fürs erste anders ab. Und jetzt machen wir 126 Sekunden. Wir reopen jetzt damit wir über 10 Sekunden. Und wir können jetzt den Mutern zu kurzen Wijchen.